hallo zusammen willkommen zurück zu ssb online for video und ich habe mich ein bisschen wieder abgeregt und wir machen wieder 1 gegen 1 match und kenne mal wer uns jetzt wieder antrifft keiner das ist doch mal gut keiner ist auch kein spieler ist auch ein spieler ich mache es noch mal mit joshi ich versuche es noch mal mit joshi und dann wollen wir mal gucken wer wieder der beste ist aber die zweite die vier kämpfe die ich ergeben die eine dame von den letzten zwei parts aber ich muss schon sagen sie war richtig was ich von dem nicht erwarten kann irgendwie aber ja doch man darf ein buch nie nach seinem einwand beurteilen ja ja das nützt ihn eigentlich gar nichts weil mir jetzt nicht so viel schaden macht also wenn er ihn selber an mich einwendet nur pur auf mich los kommt der doch endlich meine büte so schwer ist das doch gar nicht der hat aber so lange auf sich bewahrten lassen nein wow das war das war aber noch am wenigsten das war es ja Untertitelung des ZDF, 2020 das wird noch spannend ich bin so gut das war nur ein team ich hoffe euch hat dieser part gefallen wir sehen uns beim nächsten mal